Da hab ich ein Ranch gefunden. Da sind alle da, sind alle bereit, sind alle ready. Ich bin bereit, bereit, bereit geboren. Da war, dann starten wir mit dem Löffel, wild rummengen. Was man sich hier noch selber muten. Ja, bei mir selbst, ich hab gefordert, dass es hier einen Bot gibt. Ja. Ist nicht überall. Bei mir erst recht nicht. Bei Solmiki gab's, da war ich nicht mit dabei am Stream. Bei Solmiki gab's einen Bot, der alle gemutet hat. Jetzt bin ich Orange. Besser als Grün. Ein bisschen Piratenpartei. Support. Besser als Grün. Das ist jetzt nicht politisch gesehen. Da wir brauchen jetzt nicht so richtig. Politisch gesehen müsste ich weiß sein. Wir haben ein Electrical, okay. Ähm, ja. Ich hab halt wieder nichts gesehen. Perfekt. Ich hab als Träumentas gemacht. Buri liegt gleich im Electrical? In Electrical oben. Gut, da war ich ganz in der Nähe. Ich bin gleich da, Freunde. Ähm, okay, also... Dann war der Kill auf jeden Fall Kaido nicht. Nee, genau, weil ich wollte gerade sagen, weil Joey und ich sind gemeinsam... Also, ich wollte in Electrical rein. Dann fiel vor mir die Tür zu. Joey stand neben mir. Und wir sind dann einfach nicht in Electrical, sondern Richtung Upper Engine gegangen. Und da kommt dann der Report. Also, Joey und ich, äh, können uns gegenseitig prüfen. Wir können den Kill nicht gemacht haben. Aber, was mir vorher zum Start der Runde aufgefallen ist. Ich war zuerst in Atmen, hab die... Die Swipe-Card-Task gemacht. Und bin dann hoch in Cafeteria, hab dort den Müll entzeugt. Und als ich nach oben ging, kam Lenny mir von oben nach unten entgegen. Also, Lenny müsste in Richtung Electrical gegangen sein. Hm. Also, Lenny ist das. Lenny ist das. Will ich jetzt nicht sagen. Es ist nur das, was ich jetzt, äh... Also, wenn er Richtung Electrical gegangen ist. Na gut, ich bin auch in Richtung Electrical gegangen. Es macht mich... Ich war bei Navigation bei Seri-Pors-Karmazone, ne? Ich war, ich war, ähm, ich war dort, ähm, wie heißt der Raum noch mal, dort direkt neben Electrical. Da hab ich halt meinen Hass gemacht, dort Lagerraum. Das ist, glaube ich, Lagerraum. Storage. Das ist, glaube ich, Lagerraum. Was geht? Wer, Ligo? Ja, da gibt's Hass. Ja, äh, Kurt und, glaube ich, die Electrical. Ja, ist jetzt, ist jetzt kein Beweis dafür, dass Lenny's Hass ist. Nur weil er zu Electrical gegangen ist. Ich bin auch zu Electrical gegangen. Wer hat denn Electrical gegangen? Ich bin wohl definitiv nicht sass. Nee, ich war doch gar nicht bei Electrical... War ich bei Electrical? Nee. Nee, 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 nee. Da war ich heute nicht ein einziges Mal. Ich war erst in, äh, Admin, äh, erst in, äh, erst in Cafeteria, Admin. Genau, genau. Und bin dann auf die rechte Seite rumgelaufen. Es ist in Storage vor allem nicht. Nein, wenn die vorhin auch noch beim Upload stehen sind. Genau. Also, ich war ziemlich alleine dort unten in Storage und hab ihn dort nicht gesehen. Lenny war schon mal nicht in Storage. Ob er in Electrical war? Vielleicht ist er durch Upper Engine gegangen und so weiter. Aber... Es ist zufällig, wer am Admin-Table gestanden? Nee. Also, er ist definitiv... Er ist definitiv nach, äh, Mad Bay gewandet. Ja, ich wollte mich jetzt fragen, ob's ein, ob's ein Wendkill gewesen sein. Ja, es muss ein Mad Bay Wend gewesen sein. Aber, äh, denke ich mal, weil als wir, äh, als Kaido und ich, wir sind ja dann, als die Tür zu war eben, sind wir relativ früh, als die Tür zu ging, schon nach links weitergelaufen. Ähm, und es kam aber auch keiner aus Security und Umgebung irgendwie her. Also, es ist... Er muss wirklich nach Mad Bay gewandet sein. Ja. Der Poster ist nicht durch Storage durchgelaufen. Der hätte an mir vorbei gemusst. Ja, skippen wir einfach. Also, skip. Skip. Alright. Skip auf, Lenny. No one was ejected. Es läuft doch schon gesitteter zu, als bei mir in den Runden. Und nicht mit meinen Zuschauensspieler. Dann is' ne andere. Das ist ne andere Suppe. Äh, nicht mehr gesittet Among Us spielen. Wird sich hier nicht angebrüllt. Ja, wird sich bei mir auch nicht. Aber, ist schon ein bisschen Unterschied. Man merkt schon, dass Kabi nicht mit dabei ist. Aber ehrlich, Kabi, der brüllt immer ein bisschen. Das ist der. Muss man sagen. Ja. Immer wenn er verdächtig ist. Oh, gefährlich hier. Aber es sind viele Leute drin. Das geht. Download. 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 Nein, ich halte mich nicht für SAS. Ich stehe auf dem Renten, aber ich mache Download. Oh, Felix. Joey. Oh wei. Da kommt der Lenny. Ich will nicht sterben. Wir können Geist sein. Stuhlige Tasks in der Nacht. Weapons. Ich muss rüber nach Weapons. Und das rund. Ist hier jemand mit bei mir? Sonst könnte ich hier. Ich mache jetzt. Das mache ich definitiv nicht. Und dass mir jemand zuschaut. Ich mache doch Weapons nicht ohne. Astro-Viles mache ich nicht ohne. Dass mir jemand zuschaut. Ich bin auch nicht blöd. Ich bin auch nicht blöd. Nee, hier habe ich nichts. Chaos. Oh, Chaos. Verdammt. Mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Na toll. Das muss ich verhältnis als Geist machen. Schon wieder. Eigentlich das Verrgige liegt in Navigation. Offensichtlich im Gang irgendwo. Oder schon in Navigation halt irgendwie drin. Also ich stehe gerade vor den Cables und auf einmal blinkt der Report-Button auf. Das heißt, ich gehe davon aus, dass er so ein Stück weit schon in Navigation drin liegt. Aber noch in Gang-Sichtweite. Naja. Im Gang oder im Raum? Im Raum aber im Gang. Wie gesagt, ich schätze schon im Raum irgendwo anfänglich des Raumes. Ich wollte gerade rauslaufen. Ich wollte gerade rauslaufen. Ich wollte gerade rauslaufen. Ich wollte gerade rauslaufen. Ja, ich war vorhin in Navigation. Da habe ich Lanny auch noch gesehen. Ich habe allerdings den Flug mitgezogen. Deswegen kann ich es nicht ganz proben. Aber er stand da eigentlich. Ja, ja, ja. Und dann bin ich halt. Und dann bin ich halt. Genau. Und dann bin ich in Admin rein. Genau. Und da standen wir beide dann an den Cables. Je nachdem. Also du standst schon dran und ich kam halt dazu. Warum muss ich immer so früh sterben? Das geht's doch nicht. Mhm. Je nachdem wie lange die Leiche dort liegt. Joey ist mir vorhin in Mad Bay entgegen gekommen. Das ist halt auch wieder ein bisschen her. Aber dann müssten die Leiche da schon recht lange liegen. Ich war noch nicht einmal auf der rechten Seite. Ich muss auf der rechten Seite noch meine drei Tasks fertig machen. Ich habe auf der linken Seite Anfang der Runde meine drei electrical Tasks gemacht. Habe dann die Wires neben Kaido in Storage gemacht. Bin dann nach oben weiter. Habe oben links die Wires in Cafeteria gemacht. Bin dann in Mad Bay rein. Habe meinen Scan gemacht. Bin dann nach links weiter. Habe die untere und die obere Engine dann ausgerichtet. Ja. Ist ja auch egal. Wir müssen das jetzt nicht alles irgendwie so mega genau wissen. Nur halt. Was hast du gemacht? Wenn irgendwer auf der rechten Seite war. Ähm. Ich war wie gesagt jetzt auch gerade eben in Mad Bay statt auf dem Scan. Äh. Was habe ich denn? Jetzt habe ich gerade in Mad Bay meine Kabel machen wollen. Vorher war ich. Wo war ich noch? Keine Ahnung. War ich noch electrical? Also wenn ich jetzt die ganze Runde über. Scannen gemacht. Danach war ich in. Ja ja. Diejenigen die ich jetzt die ganze Runde über überhaupt nicht gesehen habe. Waren Chaos und Felix. Die habe ich die ganze Runde über nicht gesehen. Chaos habe ich kurz gesehen. Chaos war auf der linken Seite irgendwann. Ja genau. Der Felix. Ich habe dich auch kurz gesehen. Bei den Shields. Soviel unterwegs war. Ja ähm. Ich stand vorhin einmal genau mit Chaos in den Reaktor. Aber das ist wieder ein bisschen her. Keine Ahnung. Chaos habe ich auch kurz im Shield gesehen. Das kippen wir erstmal ne? Felix wo warst du denn? Ja da hast du ja bald fertig gehabt. Felix hat noch gar nichts gesagt. Ja so schnell. Das ist komisch. Das ist verdächtig. Das ist überhaupt nicht verdächtig. Das ist überhaupt nicht verdächtig. Nein. Doch vor allem wenn du lachst dann wird es noch verdächtiger. Ja das macht er beöffentlicht. Tatsächlich. Er war gerade eben als er meinte. Ja ich habe was an meinem Mikro gefixt. Und dann ja und was. Alles klar. Ja ähm. Ihm sitzt einfach auch permanent. Das würde ich jetzt weit führen. Aber er war auch nicht einfach. Ja ja. Ihm sitzt einfach einfach. Felix ist da ein. Äh ich hab da einzige dabei. Ich hab's jetzt in den Müll rausgebracht und. Shields glaube ich. Ey jetzt ist auch zu spät Felix. Jetzt ist das. Jetzt hast du aber noch raus. 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 Muss denn das sein. Ihm sitzt einfach. Ihm sitzt einfach. Und der Geist macht. Er ist doch jetzt. Hm. Jetzt hat er gemacht. Er ist doch jetzt. Und er tot ist. Mein Kind. Da war ich. Genau gut. An der Ecke. Hat er mich umgewacht. Ich werde gerade raus. Shields. Wieder eine Visible Task. Als Geist. Es ist so blöd. Visible Tasks. Als Geist zu machen. Es ist so blöd. Ah man. Lenny bist du gerade in NAV? Ne bist du nicht. Das hat für mich ausgesehen. Du hast dich von mir wegteleportiert. Was denn jetzt passiert? Aber ich war nicht mehr in NAV. Wie ist denn jetzt? Wie ist denn jetzt? Was denn jetzt? Wer war es denn jetzt? Man. Wieso Victory? Schon wieder Chaos? Wieso habe ich es gewusst? Das ist voll komisch gewesen. Das ist voll komisch gewesen. Wer denn noch? Äh. Was? Chaos? Wer denn noch? Schaß. Schaß. Das war so richtig gut. Ich stand am Anfang in Electrical. Da war Chaos. Stand da unten. Ich dachte mir so. Alles gut. Auf einmal werde ich umgebracht. Und dann sehe ich aber nicht. Wer mich umgebracht hat. zu erzählen. Es war schwarz. Und ich habe aber nicht mehr so gar nicht mehr direkt gewendet. Und dann denke ich so. Chaos hat es gesehen. Da dachte ich so. Ah. Das ist auch super. Ja. Ich rufe ja bei Extra Reportet um nicht so sass zu wirken. Alter. Warum werde ich immer als Erster umgebracht? Ich bin schon wieder als Zweiter diesmal. Ja. Ich bin schon wieder ist es. Der Neue wird. Das darf nicht sein. Der Neue wird immer gleich umgebracht. Das ist. Ja. Das ist jetzt. Das ist der oberste Regel. Scannerös. Dritte Runde, ne?